Was gehört meine Freunde? Hier ist euer Sommer der Hammer der Keller, der Chief, live von den Kölner Ringen. Es ist mal wieder so weit, wir drehen einen neuen Blog. Ich habe lange keinen Blog mehr gedreht. Ich bin ein bisschen ungeübt, deshalb muss ich mal langsam wieder reinkommen. Aber ich habe hier ein paar Freunde dabei, und zwar den Armin. Komm mal rein. Cem, komm mal rein, das ist mein Namensvetter. Cem Garcia, die Düsseldorfer kennenlernen. Und ja, wir haben eine neue Blog-Reihe, und zwar mit sich die Blog-Reihe, die Endstufen-Blogs. Wir werden einige Szenarien durchgehen auf Endstufe. Und heute wollen wir feiern. Und was ist die Endstufe vom Feiern? Wir machen das so lange, bis einer von uns kippt. Wir fangen heute in Köln an. Die Jungs sind auf jeden Fall motiviert. Die sind auch, sag ich mal, so leidenschaftliche Partygänger. Ich ja leider nicht mehr. Aber ich denke, ich kann denen vielleicht auch noch das Wasser reichen. Was sagt ihr? Nicht schwer. Schwer? Ich kippe um. Hundert. Schwert, 100 Tage. Okay, wir fangen... Du willst den 100 Tage? Alles klar, ich will. Sehr gut. Okay, wir fangen an in Köln. Danach geht's nach Düsseldorf. Von da aus nach Mönchengladbach. Und dann am nächsten Tag nach Neuss in die Kiesgrube. Und wir werden nicht schlafen, no sleep. Okay? Bis gleich. Du musst mal ein bisschen weniger probieren. So, erster Stopp. Ich guck mal, ob die Jungs schon wackelig sind. Na, wie klein war. Also ich sage, so nach der ersten Performance, die ich von den Jungs gesehen habe, ich krieg die heute gekippt. Beide. Jetzt geht's erstmal nach Düsseldorf. Alles direkt. Also direkt dahin. Jungs, Jungs. Es ist jetzt... Wir sind hier nicht heute in Scoping King Blocks, aber trotzdem... Ich hab den Armin gut gedribbelt. Komm mal her, komm mal her. Ich hab nämlich mein Portemonnaie, aber Allah, aus Versehen im Auto gelassen. Und der Armin hat die Flasche bezahlt. Armin, so schnell geht's, Bruder. Du hast die Scoping Blocks... Du hast die nicht richtig verinnerlicht. Du hast den Hunderter rausgeholt, bevor wir anfangen, was wir trinken. Ja, klar. Wir haben jetzt innerhalb von anderthalb Stunden einen Liter Whisky mit mir getrunken. Also zu dritt haben wir in anderthalb Stunden einen Liter Whisky... Bruder, ich bin schon am Lallen. Was die Jungs nicht wissen, genau, die beiden, die da vorne sitzen, weil das noch Amateure sind. Wir haben gerade in anderthalb Stunden einen Liter Whisky getrunken. Aber ich hab hier Wasser mitgenommen und arbeite natürlich dagegen. Und deshalb werde ich die Ficken. Wir sind jetzt in Düsseldorf. Nächste Station. Nächste Station. Und wo gehen wir hin? Zufahrt. Zufahrt? Zufahrt. Ich bin mal gespannt. Seid ihr schon ein bisschen am Wackeln? Ich hab schon gesehen, die... Jim ist gerade eben schon ein bisschen Zickzack gefahren. Bruder, auch ein bisschen Propaganda. Okay, wir werden sehen. Also, wir haben halb vier, Leute. Wir haben gerade den zweiten Club fertig gemacht. Jetzt geht's ab nach Mönchengladbach. In Mönchengladbach werde ich die Jungs begraben. Und dann werde ich wahrscheinlich alleine in die Kiesburg machen. Schwer, ja? Und ihr seid dabei in der Kiesburg? Ich bin gespannt. Ja? Ich bin gespannt. So, meine Freunde. Ich wollte Bräuninger. Hab drei Hemden geholt. Hemd Nummer eins. Hemd Nummer zwei. Hemd Nummer drei. Ich hab mir ne Shorts geholt. Ich hab mir ne weiße Jeans geholt. Also, ich bin komplett ausgestattet. Hier hab ich Kulturbeutel drin. Für nach dem Club duschen. Damit wir in den nächsten Club können. Am nächsten Tag geht's ja weiter in der Kiesgrube. Deshalb. Jungs. Seid ihr noch motiviert? Oder seid ihr schon... Der ist schon tot, halt. Guck mal. Der hängt da rum, halt. Tuch nicht so, tuch nicht so. Gleich gehst du wirklich so. Wirst du sehen. Wir tun den Clubpack. Der Rick Ross kommt auch privat hier nach Mönchengladbach. Der muss keinen Aufstieg haben. Der feiert einfach den Vibe hier. Der Rügel. Der Rügel. Der Rügel. Der Rügel. Aber der hat gesehen hier. Ey Bruder, du bist der Beste. Guck mal. Er hat auf jeden Fall... Er hat die Scorpion-Blocks sich reingetrieben. Weil hier Hansa, Bruder. Ich komm grad aus dem Krankenhaus, Digga. Ich weiß auch nicht was. Brauchst du Maria hin? Wir haben noch sieben Stunden bis Kiesgrube. Wir haben halb sechs. Und sieben Stunden bis Kiesgrube. Du sagst das. Es wird nicht geschlafen. Es wird weiter getrunken. Ja, wenn du willst. Ich bin mit Mau Mau, Bruder. Und was du willst, Bruder. Ich bin auf jeden Fall am Stall. Ich hab eine Junior Suite für uns klar gemacht. Bist du noch da oder? Warum macht ihr zu? Wir machen nicht zu. Wir machen nicht zu. Bis Kiesgrube sind wir hier drin. Und dann geben wir alle kurz Früchen. Ja. Weil ich stinkt. Alle Arme nach Römen. Wir machen uns frisch. In der Kiesgrube ist Loco Dice, mein Bruder. Den will ich auch noch sehen. Auf diesem Kopf. Loco Dice. Und dann werden wir sehen. Und dann sehen wir. Dann gucken wir, ob einer guckt. Wie geht's los? Dann, wann ihr ready seid. Du kommst sowieso nicht mehr. Bruder. Du weißt auch nichts von deinem Glück. Bruder, aber eine Frage. Wie viele Decken haben wir? Wie viele Decken? Eine Decke. Eine Decke. Wir sind alle unter einer Decke. Ihr könnt heute Früchen. Hier. Normalerweise ein Outfit ist immer so. Muss ein bisschen passen. Und 5% von Brusthaar musst du immer raus haben. Damit die Leute wissen. Ich bin für Schiedsrichter. Guck mal, was deine Hand hat. Jams Out. Du trinkst Wasser, was? Für die toten Brüder. Für die toten Brüder. Für deinen Kopf, Alter. Er hat Wasser getrunken. Warte, warte. Wir gehen noch morgen. Warte, warte. Wir gehen noch morgen. Warte, wie? Was für morgen mit Kiesgrube? Sag mal ehrlich. Morgen Kiesgrube. Er wollte einfach gegner arbeiten. Das Wasser. Das zählt aber nicht. Wie? So ganz kurz. Welches Kiosk? Wir haben jetzt noch Getränke. Wir gehen jetzt ins Hotel. Für Sonntag? Ja klar, Bruder. Wir gehen jetzt ins Hotel. Wir duschen. Dabei trinken wir. Keiner darf schlafen. Und danach gehen wir in die Kiesgrube. Seid ihr dabei? 100%. 100%. Bist du dabei? 100%. Der weiß gar nicht, worum es geht. Egal, jetzt dabei. Komm, komm. Ey, was kostet diese Grey Goose? 50 Euro. Ne? 40 Euro für mich? Für einen anderen bestimmt 15 Euro, ne? Wie war der Tag heute? Blenden würde ich sagen, ja. Sehr gut. Sehr gut. Hier ist mein anderer Bruder. Kwame. Hier ist der Marvin. Alles Ghana-Boys. Wir haben heute sogar einen... Boah, schlimm. Ganz kurz. Hinter der Kamera haben wir einen Landsmann von mir. Der ist kein Landsmann von euch, aber Nachbar. Halb Türken, halb Nigerianer. Krass, ne? So was gab's auch noch nicht. Und wir haben hier den Umhund. Find mal den Umhund. Der kommt einfach nur aus Adana. Gar keine Mischung. Nur aus Adana. 4 Uhr, 10 Uhr, 12 Uhr, sind wir richtig auf Level. Ich mein Oldschool-Fortrum. Aber auch nicht schlafen, oder? Ohne Schlaf, nur Fortrum. Okay. Versprochen? Versprochen. Alles klar. So Leute. Nur noch zwei Mann in dem Battle. Und wir werden sehen, wer gewinnt. Wir haben es jetzt... Viertel nach 10. Ich will jetzt erstmal duschen gehen. Und mich fertig machen. Ich hab extra alles mitgenommen. Ich war... Vorher noch einkaufen. Hemden am Start. Bursa am Start. Alles da. Ich mach mich jetzt fresh und dann geht es direkt weiter in den Kies. Bis gleich. So meine Freunde, ich bin jetzt frisch geduscht, komplett neue Montur, Hawaii Hemd, Haare gemacht, wie aus dem Ei gepellt. Und ich versuche aber jetzt gerade eben schon seit 5 Minuten den guten Armin zu erreichen. Und der geht leider nicht drauf. Ich bin mal gespannt, ob ich diese Challenge schon vorab gewonnen habe. Wir wollten ja eigentlich in die Kiesbrühe jetzt. Ich glaube, er ist wirklich eingeschlafen. Das hört sich an, das hört sich nach einem Honig an. Okay Leute, ihr seid selber Zeuge. Ich bin der Letzte, der wach ist. Alle anderen sind am Arsch. Und um das Ganze hier nicht vorzeitig zu beenden, gehen wir trotzdem in die Kiesbrühe. Kommt mit. Armin. Kommt hier nicht in die Kiesbrühe. Wir sind jetzt gleich schon da, oder? So, auf jeden Fall, das war der Armin. Ich glaube, der hat geschlafen. Von daher, die 100 Euro gehören mir. Ich habe die Wette gewonnen. Und habe nochmal gesehen, dass der alte Fuchs die Jünglinge auf jeden Fall immer noch unter Kontrolle hat. Die können auf jeden Fall noch einiges von mir lernen. Auf der Rückseite. Jetzt bin ich mittlerweile alleine hier auf Enkel. Alleine schon. Das ist echt. Keine Fahrt in mir. Das ist traurig. Ich habe alle kaputt gemacht. Und jetzt mache ich mich kurz auch noch kaputt. Und dann geht es ab für die Angst. So Leute, seit 11 Uhr, gestern, 11.08 Uhr, bin ich am Feiern. Wir haben jetzt mittlerweile halb vier. Die Jungs sind platt. Die sind nicht gekommen. Ich sage mal so, ich bin der Gewinner. Darauf trinke ich jetzt noch einen. Und ja, Armin, du schuldest mir 100 Euro. Ich gehe jetzt pennen. Ja, Monaco. Ich bin kaputt. Aber ich habe den Armin zerrissen. Ich habe den Cem Garcia zerrissen. Alles kleine Chojuks. Kleine Kinder. Sie sind schön am Schlafen. Sie müssen noch ein bisschen Milch trinken. Jetzt geht es erstmal nach Hause. Jetzt schlafe ich auch drei, vier Tage.